Hallo bei Nerdfernmedizin. Hallihallo. Ihr kennt es, Martin und ich mit Abstandsregel, aber jetzt kommt hier wieder der Zaubertrick. Und da sind wir in Bauchschmerz Teil 2. Kurz zur Erinnerung, für die, die das erste Video nicht gesehen haben, holt das nach. Aber bei Bauchschmerz haben wir wahrscheinlich schon beim guten Notarzt voruntersuchten Bauch. Der hat wahrscheinlich auch schon mal ein EKG geschrieben, geguckt, dass da kein akutes Corona-Syndrom vielleicht hintersteckt. Der hat auch schon mal mit der Analgesie begonnen. Und so kommt der Patient jetzt bei euch an in der Klinik. Und Martin, was sind so die nächsten Schritte, die du dann als Kliniknotaufnahmearzt machst? Tatsächlich, wie du gesagt hast, ich schaue mir schnell mal das 12-Kanal-EKG an. Ich gucke mal den Patienten an. Ich frage nochmal die Anamnese-Fragen. Dazu verweisen wir euch aufs erste Video, um nicht zu viel zu wiederholen. Und manchmal hat man ja schon eine grobe Idee, je nachdem, wo es wehtut, was es sein könnte. Und der Unterschied zur Präklinik ist, wir können relativ schnell ein Labor machen und wir können schnell ein Sono machen. Und das sind die Sachen, die ich mache beim Labor. Da gibt es unterschiedliche Standards. Ich denke, was ganz klar ist, da müssen die Grundparameter drin sein, Entzündungsparameter drin sein, da müssen Leberwerte drin sein. Da gibt es noch ein paar Unterschiede der Labore. Das verlinken wir euch auf der Website in den Shownotes nochmal im Detail. Was mir besonders wichtig ist, ist eine BGA. Erstens, weil man schnell die Elektrolyte hat, den HB hat, den PH hat und vor allem aber auch das Laktat hat, das bei ein paar von diesen gerade Gefäßerkrankungen, Mesenterialinfarkten und so, erhöht sein kann. Und Schwangerschaftstest sowieso klar. Auch wenn die jetzt ganz sicher die Schwangerschaft verbal ausschließen, muss man das beim Bauchschmerz bei der potenziell gebärfähigen Frau auf jeden Fall haben. Und ich sage immer, alles, was rauskommt, kann man untersuchen und sollte man auch die Chance zu nutzen. Das heißt, sollte der Patient mal aufs Klo müssen, ein U-Stick kostet fast nichts, hat immer nochmal zusätzliche Aussagekraft. Man kann direkt vielleicht daraus einen Schwangerschaftstest machen. Und was ich auch häufig mache, ist, wenn ich noch gar nicht weiß, wo es lang geht und der Patient hat Stuhlgang, dass ich trotzdem auch mal einen Hämmerkult einfach mitmache, weil da hat man mal gemacht. Und es ist später blöd, wenn man dann stundenlang keinen Stuhlgang mehr hat und dann nichts hat. Über Stuhlgang freuen wir uns immer bei manchen Bauchschmerzen, außer es ist ganz viel Durchfall. Jetzt wollen wir den Patienten weiter auf die Pelle rücken und wollen irgendwie rausfinden, was der hat. Also machen wir doch Bilder. Wie gehst du da vor? Also grundsätzlich, wie gesagt, was wir natürlich vorher machen, ist den Patienten untersuchen, schauen, vorsichtig reindrücken. Wie gesagt, das war im letzten Video schon mal erwähnt. Gibt es Darmgeräusche? Ja, nein, kann manchmal ein Hinweis sein. Ja, ist die Bauchdecke komplett gespannt oder ist nur in einem Bereich Schmerz? Tut es überall weh? Tut es noch woanders weh? Strahlt es irgendwo hin aus? Denken wir an irgendwelche von den gefährlichen Differenzialdiagnosen? Aber ja, was ganz klar ist beim Bauchschmerz, wir warten jetzt nicht eine Stunde oder so aufs Labor und machen dann irgendwelche Diagnostik, sondern wir schauen gleich, so gut es irgendwie geht, möglichst schnell mit dem Ultraschall auf den Bauch. Und je nachdem, wo ihr die Schmerzen habt, könnt ihr diesen Ultraschall auch fokussieren. Also das ist jetzt kein Ultraschall, wo man jahrzehntelang Erfahrung haben muss. Je besser natürlich, desto länger Erfahrung. Aber auch das, die wichtigen Sachen sieht man häufig schnell. Also Schmerzen im rechten Oberbauch muss ich jetzt nicht lang unten irgendwie die Blase schallen. Schmerzen im Unterbauch muss ich jetzt nicht stundenlang irgendwie das Herz irgendwie mir darstellen. Fokussiert vor allem dort, wo der Schmerz ist oder wo es in die Nähe geht. Heißt rechter Oberbauch, Gallenblase, DHC und so weiter, die Nieren, Freiflüssigkeit. Und dann gibt es noch einen Spezialträck, lieber Philipp. Man glaubt es ja fast nicht, aber die Patienten wissen meistens ziemlich genau, wo es weh tut. Ja, manchmal. Ja, und man kann einfach, bevor man da jetzt stundenlang nach dem Appendix sucht zum Beispiel, wenn da ein rechtzeitiger Unterbauchschmerz ist, lasst die Patienten den Schallkopf leiten. Also nehmt die Hand vom Patienten, legt sie auf den Schallkopf drauf und sagt, drücken Sie das dorthin, wo es weh tut. Und es ist verrückt, aber echt ziemlich häufig zeigen die euch exakt dort, wo es weh tut, ein wunderschönes Bild von einer Appendizitis, von einer Kolizistitis oder vielleicht sogar von einem Stein im DHC. Also es ist ganz faszinierend. Aber jetzt, mal eine Frage, jetzt sagst du Sono und so, aber ich meine, das ist ja jetzt hier kein Video für Radiologen. Und Sonografie können ja sowieso nur Leute, die mindestens Degumstufe 3 haben, die seit vielen Jahrzehnten schon Fachärzte sind und jahrelange Erfahrungen mit dem Schallkopf gesammelt haben. Und alle anderen sollten das Ding niemals anfassen, oder? Ja, ne. Ich glaube, also man kann sich relativ von basalen Sachen hochhangeln. Beim super kranken Patienten will ich vor allem wissen, ist da freie Flüssigkeit im Bauch. Das kann jemand, der einmal irgendwie einen Ultraschallkurs gemacht hat, kann jetzt ein grobes Fastzone, also freie Flüssigkeit im Bauch, kann man relativ schnell lernen. Und auch wie eine entzündete Gallenblase ausschaut oder ein riesen Aortenaneurysma sieht man auch schnell. Wie ein hochgradiger Nierenaufstau ausschaut, auch das sieht man schnell. Und von diesen dramatischen Bildern kann man sich da natürlich in die Details arbeiten, wie schaut eine Pankreatitis aus oder wie findet man den DHC irgendwie und wie könnte ein Steinchen ausschauen oder eine Erweiterung. Ich würde jetzt von niemandem erwarten, dass man sofort einen DHC sieht. Aber man kann relativ viel von den großen Diagnosen sieht man auch zackig. Und wie gesagt, auch gerade da würde ich den Tipp sagen, für die, die keine begnadeten Darmschaller sind, was ich jetzt auch nicht bin, wenn die Patienten Schmerzen haben, lasst es euch doch zeigen, wo es wehtut. Und häufig seht ihr dann schon was. Es gibt super tolle Ultraschallbeispielseiten, wo wir euch einige in den Shownotes verlinkt haben. Schaut drauf, da gibt es tausende Bilder, coole Loops, wo man einfach auf einen schnellen Blick sieht, wie schaut sowas überhaupt aus. Und wenn ihr Patienten habt, wo ihr schon eine Diagnose habt, zum Beispiel wisst ihr, der hat eine Cholecystitis oder der hat was. Wenn die stabil sind und ihr die Zeit habt, schaut es vielleicht einmal nochmal drauf, dann könnt ihr das lernen. Ich finde vor allen Dingen halt, Dinge einzuschließen ist nicht schwierig. Also wenn man eine Cholecystitis erkennt, dann ist das meistens auch eine. Der Ausschluss ist schwierig. Also ich würde jetzt zum Beispiel persönlich niemals verdickte Lymphknoten, Para-Arotal ausschließen oder so. Das kann ich einfach nicht. Aber Dinge einschließen, das kriegt man schon hin. Ja, bei sehr, sehr vielen Sachen kriegt man das gut hin. Oder zumindest ist es mal ein Startpunkt. Und man sagt, okay, die und die Sachen sind es mal wahrscheinlich nicht. Und man kann sich so Stück für Stück ranarbeiten. Okay, jetzt hast du über die Sonografie gesprochen. Es gibt ja noch andere bildgebende Verfahren. Jetzt wäre meine nächste Frage. Was machst du zuerst? Die Sonografie oder das Röntgenabdomen? Bist du heute auf Krawall gebürstet, mein Lieber? Oh ja. Also das Röntgenabdomen gehört ja leider noch in vielen Kliniken irgendwie so zum Standardbild, weil man es so einfach machen kann. Dann tippt man irgendwo im Computer ein, Röntgenabdomen, Klick. Und der Patient geht irgendwo hin und man hat irgendeine Untersuchung. Das Röntgenabdomen ist super unspezifisch für die meisten Erkrankungen. Das hilft genau bei eineinhalb Erkrankungen. Nämlich bei freier Luft im Bauch. Also will ich schnell wissen, hat der freie Luft, ist der perforiert der Darm, zum Beispiel bei einer Sigma-Diverticolitis, dann hilft mir das Röntgenabdomen schnell und gut. Dafür ist es auch sehr sensitiv. Vielleicht beim Ilius, ja, kann es gut helfen. Die meisten Ilii oder wie auch immer man die ausspricht, sieht man auch ganz gut im Röntgenabdomen. Für alle anderen Sachen kann man es ziemlich vergessen. Ilius übrigens kann man auch ziemlich gut ultraschallen. Das ist nicht so schwer, meistens. Bei allen anderen Erkrankungen hilft uns das kaum, weil wenn jemand diffusen Bauchschmerzen hat und wir sehen halt, ja, okay, der hat da irgendwie ein stuhlgefülltes Kolon, ja, und was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass er es das hat? Also ich glaube, das Röntgenabdomen tut uns häufig in die falsche Richtung lenken oder führt dazu, dass jeder Dritte, der in die Notaufnahme kommt, irgendwie die Diagnose Obstivation hat. Genau, und mit dem stuhlgefüllten Abdomen oder Kolon, das ist immer, also, es gibt auch Leute, die sind mit stuhlgefüllten Kolon hervorragend gestorben, an einer Mesenterial-Ichemie zum Beispiel. Das ist halt irgendwie oft nichtssagend. Aber jetzt hast du viel über das Röntgenabdomen erzählt, nämlich wann man es oder warum man es eher nicht machen sollte. Was machen wir dann? Naja, tatsächlich ein CT. Also das CT ist bei allen Patienten, wo man daran denkt, dass die was Operatives haben, oder bei fast allen, ja, jetzt nicht bei jedem, aber bei fast allen, bei komplex Voroperierten mit einem harten Bauch, bei irgendwelchen, wenn man im Sono schon den Ilius irgendwie sieht, macht ein CT Sinn, bei freier Flüssigkeit macht ein CT Sinn, CT immer nach Modalität abgesprochen mit der Radiologie. Tatsächlich macht es manchmal Sinn, unterschiedliche Kontrastmittelverfahren zu wählen. Trinken die jetzt Kontrastmittel? Brauchen sie es nicht? Gibt man nur IV-Kontrastmittel? Gibt man Rektalkontrastmittel? Welche Kombinationen machen Sinn für die grobe Fragestellung, die ihr habt? Das ist auch häufig irgendwie so eine Verzögerung leider, weil gerade wenn die oral trinken müssen, dauert das ja eine Zeit. Also frühzeitig mit der Radiologie Kontakt aufnehmen. Und genau deshalb macht auch die Sono am Anfang Sinn. Wenn wir also das Sono machen und sagen, oh, da ist, also könnte es nicht freie Luft sein, oder könnte es nicht ein Riesen-Ilius sein und nicht erst nach einer Stunde mit den Blutwerten, dann kann man auch schon frühzeitig das CT planen und die vielleicht zum Beispiel Kontrastmittel trinken lassen. Und dann früher das CT machen. Und ich habe einen praktischen Tipp. Und zwar, wenn ihr einen Patienten habt in der Notaufnahme und ihr seid euch ziemlich sicher, dass der Bauchschmerz relevant ist und es kommt zu einer Aufnahme, dann macht einfach das TSH direkt von Anfang an mit. Ja, klar. Weil ihr wollt dann später, nach einer Stunde fällt euch ein, oh, ich wollte ja noch ein CT machen, aber jetzt habe ich das TSH nicht. Dann meldet man es nach, dann dauert es nochmal eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem. Ja, da beißt man sich dann in den, ja, wo auch immer hin. Das ist, also, was wichtig ist, Bauchschmerz ist super komplex, da könnten wir jetzt echt Stunden drüber reden. Gibt es auch ganz tolle Artikel im Netz mit riesenlangen Listen an Differenzialdiagnosen, die wir euch verlinken. Es ist auch eine lange List an Differenzialdiagnosen, grob nach Lokalisation. Grob nach Lokalisation sage ich explizit dazu, weil es alles anders sein kann im Bauch auf der Webseite. Aber wie gesagt, die gefährlichen Sachen, die lebensbedrohlichen und die häufigen Sachen sieht man häufig schon im Sono und mit einer klinischen Untersuchung und dann noch ein bisschen das Labor dazu. Okay, aber jetzt stirbt ja nicht jeder Patient mit Bauchschmerz und manche dürfen ja auch wieder nach Hause. Was sind für dich Kriterien, wo du die nach Hause gehen lässt? Wenn ich kein schlechtes Bauchgefühl habe, haha, mein exzellenter Wortwitz des Tages, dann, also das ist mal das Allerwichtigste, die Laborwörter müssen ziemlich okay sein. Im Sono muss ich nichts Dramatisches gefunden haben, das ist eh klar, ja. Also, vor allem, wenn ich eine gute Erklärung für mich habe, warum man diese Schmerzen hat. Und man muss mit den Patienten reden können. Das heißt, die Patienten müssen differenziert verstehen können, wann komme ich wieder und da reicht nicht nur eine Angabe wie, kommen sie wieder, wenn es irgendwie schlechter wird. Weil das heißt schlechter, wenn es noch einmal zwickt oder wenn ich, glaube ich, sterbe oder erst in zwei Tagen oder wohin, zum Hausarzt, in die Notaufnahme, gibt es denen klare Anweisungen. Wenn die Schmerzen in der Art wiederkommen und länger als eine halbe Stunde dauern, ganz klare Angaben. Und sie nehmen eine Novolgine, das wird trotzdem nicht besser oder so. Klare Angaben und die Patienten müssen verstehen, dass das ein dynamischer Prozess ist, auch wenn jetzt die Schmerzen gut sind, auch wenn jetzt die Laborwerte in Ordnung ist, kann das trotzdem was sein, was sich entwickelt. Gerade klassisches Beispiel Apendizitis oder klassisches Beispiel auch irgendwie Harnleiterstein. Kurz besser, nach Analgesie, nach einer Stunde noch immer gut. Laborwerte okay, Urin kann schon was sein, weiß man aber nicht. Also klare Anweisungen an die Patienten und denen erklären, es ist dynamisch. Da bin ich 100% bei dir und gerade bei der Apendizitis, das wird ja häufig nicht übersehen, aber das wird ja häufiger dann erst später ausgeprägt und die Patienten stellen sich wieder vor. Und da will ich noch was zu sagen, ein Textbaustein rettet einen niemals vor einem Anwalt. Und der Satz, Wiedervorstellung bei Beschwerdepersistenz oder Verschlechterung, das ist eine Floskel, die hilft keinem weiter, dem Patienten nicht, aber auch euch nicht vor Gericht. Also schreibt lieber genau das rein, was ihr dem Patienten wirklich empfehlt. Und da kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt, nämlich die Diagnose. Man weiß aus großen Untersuchungen, dass wirklich ein relevanter Teil, ich weiß nicht, ob es 50% waren, aber wirklich ein Riesenhaufen von Bauchschmerzen in der Notaufnahme, immer unspezifische Bauchschmerzen bleiben werden. Egal wie viel Diagnostik man macht, ob man die alle durchs CT schiebt oder nicht. Heißt, wir müssen mutig sein und dürfen auch unspezifische Bauchschmerzen schreiben. Lasst euch nicht da irgendwie verlocken, irgendeine Diagnose zu erfinden, nur damit ihr was verschlüsseln könnt. Schreibt es nicht Meteorismus, Obstipation, Dyspepsie oder so, wenn das nicht sowas ist oder wenn ihr es nicht sehr sicher wisst, dass es das war. Denn dann kommt er nochmal, entweder zu euch oder zu jemand anderem oder in eine andere Notaufnahme und dann hat er den Arztbrief mit, weil der motiviert ist und sagt, ja, ich soll ja wieder kommen. Und dann steht drinnen Obstipation und der Nächste, der ihn anschaut, denkt sich, es kommt ja wieder mit Obstipation um zwei in der Früh. Wenn da aber steht unspezifischer Bauchschmerzen, das, das, das haben wir schon untersucht, aber wir wissen es halt nicht, dann wird niemand auf die falsche Pferde gelockt und gibt dem Patienten auch nicht irgendwie falsche Ideen, was das jetzt sein könnte. Also seid mutig und traut euch auch, wie beim Brustschmerz, unspezifischer Brustschmerz, kein Hinweis auf dümm, 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 beim Bauchschmerz genauso, unspezifischer Bauchschmerz hinzuschreiben. Das sind super Tipps, ich fasse sie aber nochmal ganz kurz zusammen. Also, der Patient kommt mit abdominellen Beschwerden, wir untersuchen natürlich, wir machen nochmal eine gute Anamnese, aber an Bildgebung vor allen Dingen denken wir frühzeitig an die Sonografie. Röntgenabdomen hat eigentlich nicht so einen hohen Stellenwert, meistens sind wir dann schon relativ schnell beim CT und aber ganz, ganz wichtig, wenn wir den Patienten entlassen, dann muss er erstens wissen, was er zu tun hat, wenn das Ganze schlimmer wird oder nicht besser wird und der Patient sollte nicht mehr unter direktem Einfluss von Analgetika stehen, weil er sonst seine Beschwerden ja gar nicht mehr richtig gut einschätzen kann. Ja, also, dann haben wir es wieder geschafft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte unbedingt Kommentare posten, teilen und liken und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.